In welche Finanzprodukte Sie investieren, sollte zum einen von Ihrer persönlichen Situation und dem Ziel Ihres Sparens abhängen. Grundsätzlich ist aber auch wichtig, was für ein Anlegertyp Sie sind. Können Sie mit einem Risiko gut leben oder liegen Sie nachts wach, weil Sie sich um die Wertentwicklung Ihres Depots sorgen? Lernen Sie aus Fehlern und veräußern Sie ein Papier, wenn dessen Kurs stark fällt oder halten Sie manchmal zu lange an einer Kaufentscheidung fest, weil Sie sich möglicherweise ein Scheitern nicht eingestehen möchten? Wenn Sie Geld anlegen müssen, was sind für Sie die wichtigsten Kriterien? Auf jeden Fall die Sicherheit, dass ich mein Geld zurückbekomme inklusive des Zinses. Natürlich auch die Rendite, aber die Sicherheit steht dann schon mehr im Vordergrund. In erster Linie die Sicherheit natürlich, dass es vernünftig angelegt ist und ich denke, die Verfügbarkeit nicht so sehr. Ich sag mal so, Sicherheit 60 Prozent, Verfügbarkeit, wenn man es anlegt, sollte man auf 20 Jahre mindestens anlegen, sonst macht es keinen Spaß. Also man muss auf jeden Fall einen Bodensatz haben, der täglich verfügbar ist, aber man sollte das Geld, was man halt anlegen möchte, schon so aufsplitten, dass man halt in dem Sinne einen Bodensatz hat, der täglich verfügbar ist und der Rest kann halt dann auf längere Frist dann auch angelegt sein. Da muss man natürlich schon Spielraum festlegen dann. Im klassischen magischen Anlagedreieck sind Rentabilität, Sicherheit und Verfügbarkeit die drei wichtigen Entscheidungskriterien für eine Geldanlage. Maximale Rendite, optimale Sicherheit und jederzeitige Verfügbarkeit des eingesetzten Geldes gibt es nicht. Sicherheit und Rendite stehen sogar konträr zueinander. Je höher die Sicherheit, desto geringer ist die Rendite und umgekehrt. Jeder Anleger muss selbst seine Schwerpunkte in der Gewichtung der drei Kriterien setzen. Bewerten Sie die Kriterien der für Sie in Frage kommenden Geldanlagen zum Beispiel mit Noten gut, mittel und schlecht. Abhängig vom Einkommen, Alter, Vermögen, Familienstand und persönlicher Risikobereitschaft sollten Sie dann die gewünschten Geldanlagen herausfiltern. Dies klingt einfach, allerdings wird jedes Jahr sehr viel Geld aus Unkenntnis oder Leichtgläubigkeit falsch angelegt. Bei der Beurteilung von Geldanlagen nach den drei Kriterien des magischen Anlagedreiecks definieren Sie auch indirekt Ihr persönliches Anlageprofil. Anschließend können Sie erkennen, welcher Anlegertyp Sie sind. In der Anlegertypologie unterscheidet man generell zwischen drei Klassen. Spekulativ, also risikofreudig, Mischtyp, also risikobegrenzend und Sicherheitsanleger, also risikoscheu. Wissen Sie, was für ein Anlegertyp Sie sind? Erforschen Sie Ihre Ziele und ziehen Sie eine persönliche Bilanz. Schreiben Sie notfalls Fragen und Antworten nieder. Beispielfragen sind, was ist mein Ziel? Will ich Geld langfristig als Vorsorge anlegen oder auf ein bestimmtes Ziel hinsparen? Wo und wie kann ich mich schlau machen? Bin ich in der Lage, temporär auf den Zugriff meines Vermögens zu verzichten, wenn die Kurse fallen? Solche Fragen helfen, den eigenen Standort in Bezug auf Vorsorge und Geldanlage zu bestimmen. Wertvolle Informationen zu diesem Thema finden Sie bei Geld und Haushalt, dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe. Ich wünsche Ihnen ein gutes Auskommen mit Ihrem Einkommen.